So, heute geht's los. Unser Haus wird gestrichen. Ich will es noch mal vorher, nachher, wenigstens noch mal filmen, wie böse es ausgeschaut hat. Das Tor, die Runde, hier hinten die Garagen. Sieht halt schon ziemlich böse aus. Hier rum soll auch alles gemacht werden. Die Fliesen sollen weiß gemacht werden. Dann schauen wir einfach mal. Hier herunten sieht man halt ganz, sieht jetzt ganz schlimm aus. So geht's halt ringsherum. Es blättert überall. Da fällt immer viel Pfusch. Hier, die Stufen sind noch nicht gemacht worden. Hier geht's auch überall ab. Fällt alles ab. Hier linksherum ist alles von unserem Bau, alles noch in Mitleidenschaft gezogen. Hier, das muss auch alles gemacht werden. Da sind die Fliesen, die Klappen weg. Und hier unten auch alles. Es sieht alles richtig böse aus. Komplett entlang. Alles vom Bau. Das ist Alarmust. Auf Wiedersehen.